Sind deine Flugzeiten gleich geblieben? Ja. Disgusted? Gut, wir holen dich vom Flughafen ab. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wow, gut gehalten! Entschuldigung, Mr. Anwar El Ibrahim. Ja? Sir, wir haben eine dringende Mitteilung für Sie. Würden Sie uns bitte folgen? Was denn? Von meiner Frau? Geht es hier gut? Kapuze! Wo ist er? Ich weiß nicht. Was wollen Sie tun? Hier können wir ihn nicht festhalten. Setzen Sie ihn in den Flieger. Und wen haben wir da drüben? Douglas Freeman. Glauben Sie, der kann das? Sie bleiben als Beobachter hier. Was wir tun, ist heilig. Wir retten Leben. Keiner hat mir gesagt, warum ich hier bin oder was ich getan haben soll. Das ist verrückt! Mein Kollege von der Einwanderung versichert mir, dass Anwar nie in die Vereinigten Staaten eingereist ist. Er hat auf dem Flug 70 Dollar ausgegeben. Er saß in dieser Maschine allein. Seit einem Jahr verfolgt der Geheimdienst die Anrufe Ihres Freundes El Ibrahim. Die CIA nennt es Übergabe. Im Prinzip genehmigt die Regierung, jeden, der ein Terrorist sein könnte, in ein Gefängnis außerhalb der USA zu bringen. Ins Gefängnis? Erklären Sie die Telefonate, dann können wir hier alle raus. Ich kann nicht. Erklären Sie die Telefonate. Pauli! Was ist, wenn die Presse Wind davon bekommt? Treu sorgender Familienvater, einfach so nach Weißgottwohin verfrachtet? Er gibt uns keine Antworten. Das funktioniert nicht. Das ist mein Verhör. Sie beobachten sonst nichts. Ich will, dass mir jemand in die Augen sieht und mir genau sagt, was er getan haben soll. Wenn wir wegen der Übergabe vor Gericht rollen, brauchen wir einen wasserdichten Fall. Und das hier ist keiner. Finger weg! Siebentausend Menschen in London sind heute Abend noch am Leben aufgrund von Informationen, die auf genau diese Weise beschafft wurden. Bitte! Bitte lassen Sie mich hier nicht einfach stehen. Sie haben meinen Mann. Sagen Sie mir doch nur, dass es ihm gut geht!